Ich dreh heute das Musikvideo für einen Song vom Ella Film und zwar mit Rote Mütze Raffi. Ich nehm euch mal so ein bisschen mit durch den Tag. Das wird mega cool und jetzt geht's los. Hello! Was geht? Wir hatten jetzt Mittagspause, deshalb seh ich auch so aus, hab andere Sachen an und jetzt noch schnell Kaffee und dann geht's auch schon weiter. Doch ich weiß, es ist meine Schuld, es tut mir leid, ja ich war nicht für euch da. Kopf aus, steck ihn wieder in den Sand, wieso störe ich seit Stunden wieder nur auf meine Warte? Ich hab mal so viel Gefühl, jetzt fühl ich zu wenig, wieso mach ich kaputt aus eigenem schönen.